Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 2200 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.